Was ist das Virologe am Universitätsklinikum? Als Virologe hier am Universitätsklinikum kann ich sagen, dass Masken wirklich helfen gegen die Infektionsverbreitung. Es gibt mittlerweile sehr gute Daten dazu, dass Masken vor allen Dingen für den Fremdschutz total wichtig sind. Das heißt, wenn man selbst eine Maske trägt, dann schützt man andere und ein Stück weit natürlich auch sich. Und wenn alle eine tragen, ist damit allen sicher sehr gut geholfen. Wir machen das hier auch am Standort im Institut und auch im Klinikum insgesamt, dass alle eine Maske tragen müssen. Deswegen, ich bin überzeugt davon, immer mit Maske.